3, 2, 1. Okay, guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen, Frau Niederkorn. Oh, danke Lara, dass du die Kamera an hast und dass du das Mikrofon an hast. Okay, lasst uns anfangen. Ähm, Ronan, bei dir ist hier... Ronan, was passiert bei dir? Raus mit dir, ich habe Unterricht. Okay, ähm, Lara, hast du deine Hausaufgaben, bitte? Kannst du anfangen? Lara, dein Mikrofon ist auf Sturm. Oh, okay, danke. Ähm, okay. Äh, Alice, hast du einen Hund? Ist das ein Hund bei dir? Ja. Äh, äh... Oh, ich bin so scared, aber ich liebe sie. Was ist der Name? Äh, äh, äh... Äh, 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 äh... Er bist, äh, wir. Äh, äh... Okay, cool. Er ist so gut. Okay. Oh, schön, dann haben wir heute ein Haustier bei uns, das ist cool. Ähm, könnt ihr alle eure Kameras anmachen? Tom, deine Kamera ist nicht an. Äh, äh, meine Kamera funktioniert nicht. Ach, Tom, seit drei Monaten? Ja. Die Kamera war aber in Mathe an. Tom! Okay. Victor, kannst du bitte die Hausaufgaben vorlesen? Ähm, Victor? Victor, Victor, wo bist du hin? Victor? Victor, wo warst du? Äh, ja, ja, ja. Okay, könnt ihr sehen, was ich teile? Könnt ihr den Bildschirm sehen? Ja, könnt ihr es sehen? Okay. Okay. Gut. Alessia, hast du eine Frage? Nein, das war noch von woher. Ah, okay, super. Dann macht die Hand bitte runter. Ähm, könnt ihr jetzt alles sehen, was ich teile? Ja? Okay, super. Wunderbar. Ich zeige euch mal das hier und so weiter. Wenn ich das mache, hier mit meinen Händen, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin wie Iron Man, der so am Computer arbeitet. But then you'd be dead. Iron Man is like the worst character anyway. What are you on? Like, he's the best character today. He saved the whole Marvel Universe. He can't see half the time. And he's like a phatonic attack, so he's five feet. Yeah, 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 all right, all right. But since he has a heart disease, he knows what he's doing. I mean, he's like, oh, rip up. Okay, Leute, lasst uns das. You're just always wrong about movies. Look, you haven't even seen it. Okay. Okay, Leute, Deutsch, 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 bitte. Äh, Viktor, isst du schon wieder? Isst du schon wieder? Äh, ich tue für euch, ich konnte nicht froh essen. Okay, gut. Ähm, lass uns im Buch auf Seite 50 weitermachen. Ähm, Alice, kannst du die Frage beantworten im Buch auf Seite 50? Äh, sorry, what book are you? Was machst du? Was machst du? Äh, uh, well... Äh, Nicholas, Ronan, textet ihr gerade? Ähm, yeah, but like, something really important is happening and I just like need to text about it. Like, the way that, like, Nicholas fought with me over Marvel, even though I don't actually care about it, this will go viral on my WhatsApp story. Viral. Oh, doch, nicht im Deutschunterricht, Leute. Nicht im Deutschunterricht. Oh, yeah. Hi, Dad. Yeah, I'm doing well. I'm in the middle of German. It's so bad. Like, it's so bad. And the verbs, and like, why did you even send me to a German school? I hate it so much. Nicholas, zeig mich, wo ist noch an... Oh, 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 no. Ähm, I have internet issues. I'm very, very sorry. Okay, okay, lasst uns, ähm, weitermachen. Victor, wo ist Victor hin? Wo ist Nicholas hin? Victor? Okay, Victor ist wieder da. Ähm, super. So, lasst uns weitermachen, Seite 50. Ja, ja, sorry, I can't hear you. Victor, there must be something. I can't hear you. Oh, oh, God. Hello? Hello? Victor, your camera is on. Wir sehen dich. Oh, God. Leute, ehrlich, lasst uns mal weitermachen, jetzt mit dem Unterricht, okay? Also. So, like, you know, like, seriously, Alice, what are you doing with those lights? Wait, wait, can you send it to me, Ronan, because I didn't... Leute! Deutschunterricht! Hey, Nicola, shut up! Oh, I know you like soap. Wait, who just screamed? Shut up, Nicola.